Hallo und willkommen zurück zu Atelier Fieres. Ich habe mich schon der Folge entsprechend umgezogen. Die Fachleute wissen jetzt schon, was wir wahrscheinlich machen, denn das ist natürlich unser Stadtoutfit, in dem wir gute Preise in Geschäften bekommen. Denn jetzt geht es nach langer, langer Zeit endlich mal wieder nach Reisenberg. Ne, Landmark war schon richtig, da oben wollen wir hin. Und kämpfen soll ich auch mehr. Angelika Mustermann hat mir noch mal dazu geraten, doch mal ein bisschen höher zu leveln. Das werde ich dann auch machen. Ich weiß noch nicht, ob On-Screen oder Off-Screen. Aber heute auf jeden Fall nicht. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, als wir dieses Tor das erste Mal durchschritten haben. Voller Vorfreude auf unser Examen. Bitte teilt eure Informationen mit dem Observationsinstitut. Jedes kleine Detail zählt. Hilft und lasst eine Aufzeichnung von allem zurück, was ihr gesehen und was ihr gehört habt. Informationen bitte. Boah, da ist Anneliese ja ganz schön fertig. Ähm... Also erstmal klingt das auch so ein bisschen komisch, wie sie das macht. Also als ob sie... Ja, als ob das nicht unbedingt zum Besten der Menschen wäre, jetzt hier ihre Informationen abzugeben. Aber wahrscheinlich macht Anneliese das alles nur aus Selbstaufopferung für die Nachwelt. Und sie droht wahrscheinlich gerade einen Burnout zu bekommen. Na, vielleicht funktioniert das gar nicht. Hm, Anne, was machst du denn da? Hm, Anne, was machst du denn da? Oh, Firis, du hast es wohl gesehen, was? Um die Wahrheit zu sagen, gibt es in letzter Zeit immer weniger Abenteurer, die ihre Daten dem Observationsinstitut mitteilen. Das wundert mich jetzt allerdings, weil es gibt ja immer super Belohnungen. Und wie das so läuft, werden wir dann wohl in Zukunft keine guten Informationen mehr bekommen. Und das wäre aber nicht von Vorteil. Und deshalb bin ich nach Reisenberg gekommen, um möglichst viele Reisende zu erreichen. Aber... Aber du hast trotzdem keine Informationen bekommen? Nein, es reicht wahrscheinlich nicht, einfach nach ihnen zu rufen. Ich muss da eine andere Herangehensweise machen. Ja, man könnte zum Beispiel in irgendwelchen Läden irgendwelche Aushänge machen, beziehungsweise das mit irgendwie so einem Bonuspunkte-Programm verbinden. Das heißt, in den Läden bekommt man Rabatte, wenn man Informationen in dem Institut abgegeben hat oder sowas in der Art. Lass mal sehen, wie wäre es, wenn du ihnen irgendwas Besseres gibst als Austausch für die Information? Ach, hey, das ist ja eine großartige Idee. Etwas Besseres. Ja, dann muss es wohl irgendwas Wertvolles sein. Ne, muss es gar nicht. Also, wenn man bedenkt, wie viele Leute Payback benutzen. Und ich glaube, die effektive Ausbeute ist ungefähr ein Prozent, den man als Rabatt bekommt. Also muss es gar nicht unbedingt was Teures sein. Sie liefern uns ja wertvolle Informationen. Also müssen wir auch etwas liefern, was einen ähnlich hohen Wert hat. Wie wäre es mit einem legendären Gegenstand, der... ...den unbedingt alle legendären großen Handwerker in der Weltgeschichte haben wollten. Auch das muss unbedingt nicht sein. Du kannst auch einfach einen ganz einfachen Gegenstand nehmen, wie zum Beispiel... ...einen Ball. Und da lässt du dann irgendjemanden darauf unterschreiben und dann wird es auf einmal wertvoll. Zum Glück weiß ich, wie der hergestellt werden kann. Achso, wir sollen das machen, was? Fieres, kann ich dich darum bitten, dass du die Synthese machst? Okay, also einen legendären Gegenstand sollen wir basteln für sie. Das finde ich doch wieder für uns zumindest sehr interessant. Dann will ich ihr das gar nicht ausreden. Ja... Also so einen teuren Gegenstand als Belohnung. Ja, ich versuche das denn mal, den herzustellen. Das war übrigens gerade Drossel, die gesagt hat, hey Leute, kommen alle her, ich habe was tolles gefunden. Weil ich hier so ewig nicht mehr war, will ich schon die Leute nochmal ansprechen. Wird aber schon gleich wieder dunkel, sonst viele Leute werden nicht mehr da sein auf den Straßen. So, kennen wir dich. Was zu neue Sachen. 300 Sachen können wir übrigens noch lagern. Danach müsste ich unser Atelier ein klein bisschen umbauen. Also wir können das noch erweitern, dass wir jetzt noch, also zusätzlich zu den 300 nochmal 750 lagern könnten. Aber ich würde dann auch mal was verkaufen. Es gibt jetzt doch alten Kram, die ich nicht mehr verwende. Also Zutaten. Ich gucke nochmal wieder, ob da irgendwas Neues, Tolles zugekommen ist. Ach, da sind auch noch Requests, was müssen wir da machen? Äh... Sophie... Treffen, ja. ...Crimson Stone mit super high quality haben wir wahrscheinlich nicht. Und Dragon Destroyer, den habe ich ja auch nicht gebaut. Mit dem Crimson Stone können wir mal eben hier gucken. Muss ich ja nicht in meinen Unterlagen, also in meinem Gepäck nachsuchen, sondern... Ne, haben wir nicht. Und das andere haben wir, glaube ich, nicht gebastelt. Weil die Qualität mir nicht ausgereicht hätte. Also nicht für ihn, sondern ich wollte ja auch einen Dragon Destroyer bauen, der uns nützt. Eventuell. Na gut, dann gehen wir mal hier runter, ins Stadtzentrum. Achso, wir sind jetzt gar nicht bei dem Laden vorbeigegangen. Der hat eh zu. Obwohl, gleich wird es wieder hell. Hier von... Wie heißt noch die Ladenbesitzerin hier? Wo wir das Kleid gekauft haben. Nein, was hast du da? Vielleicht ist das gut. Wie ist das? Ja. Hallo, Fieris. Hallo, Frau Edel. Heute ist es auch ein Arbeiten? Hallo, Frau Edel. Na, wieder mal hart am Arbeiten. Ist schon gut. Kein Grund für diese Spannung, für diese Anspannung. Ähm, ich bereue es ja, dass ich letztes Mal zu weit gegangen bin, als wir uns unterhalten haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, über was wir mit Edel gesprochen hatten. Achso. Flussheim oder Reisenberg, was du lieber magst. Ich hätte sowas gar nicht fragen sollen. Ach, das macht dir deswegen noch keine Sorgen. Es war nur das erste Mal so, dass ich dich derartig gesehen habe. Deshalb war ich ein bisschen verunsichert. Ich denke ständig darüber nach, dass ich nicht durch Flussheim angetan bin oder schon ab, sagt mir jetzt gerade nichts. Ich denke Tag und Nacht an diese Stadt. Und, ähm, deshalb konnte ich neulich nicht anders. Ach, ich denke, beide Städte sind toll. Reicht das denn nicht? Natürlich nicht. Als Bürgermeisterin ist es doch ganz normal, dass ich nicht gegen eine andere Stadt verlieren möchte. Als diejenige, die damit betraut wurde, die Stadtbewohner zu regieren, ist es meine Pflicht als Bürgermeisterin, die beste Umgebung zu bieten. Ja, das ist ja wieder was anderes. Also ich kann durchaus den Gedankengang nachvollziehen. Ich möchte, ähm, meine Stadt so toll wie möglich haben. Also, wie gesagt, das könnte ich so unterschreiben. Aber jetzt der Gedanke, ich möchte, dass wir besser sind als unsere Nachbarstadt, äh, das kommt mir so ein bisschen komisch vor. Dieser Wettbewerbsgedanke, die irritiert mich halt ein bisschen. Und ich bin auf keinen Fall, oder ich will auf keinen Fall damit ausdrücken, dass ich neidisch oder so wäre, dass ihre Einwohnerzahl ständig steigt. Ich habe auch gar nichts dagegen, dass, äh, Seefahrer eine Stadt regieren oder so. Ja, ja, natürlich. Klingt wirklich nach harter Arbeit, Bürgermeisterin zu sein. Ich bin froh, dass ich mich nicht verstehe. Dann sind wir hier. Na, das freut mich aber, dass du mich verstehst. Naja, ich müsste mal wieder weiterziehen. Meine Arbeit wartet schon auf mich. Ähm, wir wollen auch noch mal ins Institut, glaube ich. Ich markiere mir das hier mal. Dann gehen wir erstmal noch diese Läden lang. Dann gehen wir mal ins Oh, hallo! Oh, nein, ich bin froh! Oh, mein Schwaiden! Oh, dein Schwaiden! Hallo! Edelsteine dieser Welt. Hätten wir, glaube ich, schon mal kaufen können. Habe ich damals nicht gemacht. Jetzt sind 2600 Coal ja wirklich ein Bargame. Dass wir so reich sind. Das Ding haben wir ja schon. Die kaufe ich jetzt auch einfach mal, damit ich sie nicht immer wieder selbst herstellen muss. Auch die. Obwohl 100 ist schon sehr teuer. Ne, dann mache ich die lieber selber. Den einen nehme ich mal mit. Und Zettel könnte ich auch mitnehmen. Zettel bräuchte ich dauernd. Für die No-Docs allein schon. Brauche ich immer einen. Ich nehme die ganzen besonderen Sachen hier mal mit. Manchmal kommt es ja auf eine Zutat an. Die aus dem Rezept dann ein großartiges Ergebnis liefert. Äh, das nicht. 8000 ist mir dann doch zu teuer. Verkaufen mache ich in Ruhe. Da wäre ich jetzt bestimmt 10 Minuten dabei. Ähm. Und nur die Sachen auszuwählen, die ich loswerden will. Hier ist unser Lager. Hatte Ill in den anderen Städten auch immer ihren Kessel mit dabei? Ich glaube nicht, oder? Oder ist das gar nicht Ills Kessel? Hm. Ja, Aska, ich muss dich unbedingt mal mitten hemmen. Aber ich habe immer noch die Quest mit den anderen Leuten. Das ist ein großartiges Stadt, das ist ein sehr großartiges Stadt. bevor wir ins Institut oder zur Bürgermeisterin gehen. Weiß ich noch nicht. Okay. Da muss ich sagen, ist immer ein bisschen trostlos in der Kneipe. Da hätten sie ein bisschen mehr Leben reinbringen können, dass da auch mal was anderes passiert. Mal gucken. Da sind wir gewesen. Da wollen wir noch hin. Da sind wir gewesen. Da wollen wir noch hin. Gut, dann gehen wir erstmal. Darunter Besen geht der, glaube ich, nicht hier. Nee. Schaffen wir noch gerade, bis es dunkel wird, diese 100 Meter. Ja. Mit die habe ich auch noch nicht geredet. So, Regierungsgebäude. Nichts. Kann das sein, dass jetzt in diesem ganzen Gebäude nichts mehr los ist. Wir müssen das leider einmal überprüfen. Und vor allem, wie viel Steuergelder das hier wohl gekostet hat. Aber es scheint der Stadt hier richtig gut zu gehen, dass sie sich das hier leisten kann. Das sieht aus wie normale japanische Schriftzeichen. Ich kann es aber nicht erkennen. Oder? Ist auch ein bisschen gekrakelt. Ich glaube, das sind gar keine richtigen. Ich hoffe, wir müssen hier nicht nochmal alle Regale durchführen. Das ist übrigens Atteldier-Rona im Hintergrund zu hören. Das ist wahr, Atteldier-Rona zu hören. Jetzt nicht mehr. Gut. Das mit der Crunch-Time, da kann ich mich noch dran erinnern. Das hat er letztes Mal auch gesagt, als wir hier drin waren vor, ja, über einem Jahr. Ich vermute mal, dass es letztes Jahr im April war, dass wir hier unser Examen gemacht haben. Ich bin zu drehen, dass es eine Verkaufnahme hat. Ich bin zufrieden, aber sch MATT für übernacht. Ich bin zufrieden, dass du dabei schon gemacht hast, Ich bin zufrieden. Und zwischen mir zufrieden. Ich habe ich das angefangen, als wir in der Stadt öffren. Na gut, das war ein Satz mit X hier. Aber bis zum Institut hätten wir es bei Tageslicht ohnehin nicht mehr geschafft. So, hier ist so viele, machen wir die I. Oh, wie ist es dir so ergangen? Ich bin froh, dass wir uns nochmal wiedersehen. Sofie schien sehr traurig zu sein, als du weg warst. Hm, was? Ja, ich freue mich sehr, sie zu sehen. Aber ich war jetzt nicht traurig oder einsam oder so, als sie weg war. Oh, ist das so? Jedes Mal, wenn du schlafen gegangen bist, hast du doch etwas gesagt wie... Äh, ich frage mich, wie es wohl Vieres ergeht. Hey, Plachter, musst du diese Sachen einfach so herausposaunen? Oh, tut mir leid, mein Fehler. Ach, ich bin froh, dass ihr beide so gut miteinander auskommt. Also, Lehrerin, es gibt ja etwas, was ich mit dir besprechen möchte. Ähm, und das wäre... Ich habe gar keine Ahnung, weswegen sind wir überhaupt hier. Hm, was willst du denn mit mir besprechen? Ah, ich verstehe. Du kannst nicht rausfinden, was du später mit deinem Leben anfangen sollst. Ja, ich habe nur gedacht, dass ich jetzt nicht rausgekommen habe, weil... Ja, das Einzige, worüber ich nachgedacht hatte, war ja, dass ich unbedingt raus wollte. Das ist wohl eine schwierige Frage. Zumindest ist es etwas, was man nicht sofort beantworten kann. Hey, Plachter. Ja, mach, was du denkst. Ich werde deine Entscheidung unterstützen. Oh, danke. Ähm, Fieris, ich habe dir einen Vorschlag zu machen. Macht es dir was aus, dich auf... äh, uns auf deine Reisen mitzunehmen? Äh, ich bin froh, aber... warum ist das denn? Was? Nein, da wäre ich überglücklich, aber... warum? Ich habe nicht so viel dabei gemacht, sondern ich werde mir viel zu helfen. Naja, bislang habe ich ja nicht viel getan als deine Lehrerin und ich möchte dir auf allen möglichen Weisen helfen, wo ich dir helfen kann. Und deshalb möchte ich dir dabei helfen, danach zu suchen, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Na, das ist mal eine Aufgabe für Leute, die wirklich nichts zu tun haben. Wenn ich mir das so in der Realität vorstelle, man widmet sein Leben, damit ein anderer Mensch herausfinden kann, was er mit seinem Leben anfangen kann. Ja. Sophie, das ist doch nicht der einzige Grund, oder? Ja, also ehrlich gesagt, wollte ich gerne mit dir gemeinsam reisen, Fieris. Wenn dir das nichts ausmacht. Nein, das ist doch super. Eigentlich wäre ich doch diejenige gewesen, die dich hätte fragen sollen. Na, dann ist es abgemacht. Ich bin sicher, es wird eine erfreuliche Reise. Ähm, jedenfalls über die Suche, was du mit deinem Leben anfangen willst. Ich denke, du solltest es wie mit der Alchemie handhaben. Du solltest zu allen möglichen Orten gehen und dort alle möglichen Sachen einmal ausprobieren. Und wenn du das dann machst, ähm, wirst du wahrscheinlich dann irgendeine Idee bekommen. Ja, und das wird dann wahrscheinlich das sein, was wir an der Tür gesehen haben, in Ertona. Wo wir denn schon eine Chance hatten, unser Leben irgendwie zu führen. Mit einem Mann stand er ja einfach nur. Ja, okay, ich versuche das dann mal. Ja, okay, ich versuche das dann mal. Alles klar, dann werden Plachter und ich nun mit dir zusammenarbeiten. Ja, wir haben jetzt eine klare Aufgabe bekommen. Wir müssen unterschiedliche Sachen machen und wir müssen unterschiedliche Leute treffen. Und wir haben auch noch irgendwie ein neues Rezept gelernt. Da müssen wir dann nachher nochmal gucken. Ich will jetzt gerade nochmal hier ins Institut. Wo wir sowieso gerade rumstehen. Ach, hier ist es gar nicht. Ja, ein einziges Material kann einen Unterschied machen zwischen einer Medizin und einer Sache, die explodiert. Oh. Also haben wir irgendwas Neues gefunden, wahrscheinlich nicht, oder? Ähm, Area Collection 80%. Overall 70% bringt nochmal 10.000 Kohle. Was soll mit der ganzen Kohle? 71% ist aber schon mal was, ne? Na gut. Haben wir jetzt hier in einem Ort noch irgendwelche direkten Quests? Nein. Ähm. Dann gucke ich hier nochmal in mein Questbüchlein. Ein Ultimate Gem sollen wir herstellen. Können wir das überhaupt? Also im ultimativen Gegend, äh, Edelstein. Äh, kämpfen. Ertona. Oh, der Künzleet. Also diese beiden Kämpfe, das dauert noch länger. Äh, äh, ja. Ist da auch immer, keine Ahnung. Ja, okay. Ähm. Snow on the Mountain. Das ist aber Moon Ketchup Pfad. Ich denke, wir gehen jetzt erst mal, ähm, wieder zu den ganzen anderen Alchemisten. Und so, also zu Aureldiel und Norbert und so. Die werden jetzt wahrscheinlich neue Sachen für uns haben. Wir machen hier aber auch nochmal einen Abstecher. Und so mal eben die neuen Rezepte an. Und das neue Gespräch. Ach, genau. Jetzt will uns Lia auch endlich erzählen, was ihr Lebensziel ist, oder? Denn das habe ich nicht vergessen im Verlauf des Spiels. Lia, ich will dich jetzt mal was fragen. Lia? Oh, Fieris, was gibt es denn? Hast du gerade über was nachgedacht, Lia? Ja, ein klein wenig. Tut mir leid deswegen. Ach ja, du hast ja die Ohrringe in der Hand. Die hast du schon so lange. Von wem hast du die eigentlich bekommen? Hm, das war von einer sehr geschätzten Person, kann man wohl sagen. Eine geschätzte Person? Naja, ich sollte da wohl nicht zu viel nachbohren. Ich vergesse es einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt überhaupt noch neue Rezepte hatten. Aber das hat mich auch gar nicht interessiert bei den 2600 Kohle. Doch, also es gab noch neue Rezepte. Alles neu. Ach, Ultimate Jam ist auch bei. Das war wohl nicht in dem Buch. Aber vielleicht war es auch in dem Buch. Oder wir haben es einfach so bekommen. Da bin ich nur mal neugierig. Was ist das denn? Wir werden es jetzt nicht machen. Das ist ja ganz einfach. Ja, machen wir jetzt trotzdem nicht. Sondern, ähm, wir werden in der nächsten Folge. Guck mal, wer da hinten steht. Ich muss mal kurz mit den Leuten alle reden. Hey, Fieris, jetzt wo wir gemeinsam reisen. Wollen wir da auch gemeinsam nochmal Synthese betreiben, wie früher? Oh, das klingt doch wunderbar. Machen wir es, Lehrerin. Naja, dann solltest du wohl am besten damit anfangen, die richtigen Materialien zu sammeln. Ja, da hast du recht. Wo wir gerade dabei sind, machen wir das doch. Da fällt mir ein, ich habe doch erst neulich einen super Ort gefunden, um Materialien zu sammeln. Lass uns da mal gemeinsam hingehen, Fieris. Und dann bringe ich dir noch ein paar Tricks bei, wie du besser sammeln kannst, okay? Oh, da bin ich wirklich froh drüber. Aber macht es dir auch gar nichts aus? Natürlich nicht. Fieris-chan ist mein sehr süßes Freund. Natürlich nicht. Du bist ja mein geschätzter Lehrling. Ja, das ist ja mein geschätzter Lehrling. Hurra, vielen Dank, Lehrerin. Ja, dann gehen wir los. Okay, dann ohne weiteres Drumherum gehen wir los. Äh, wohin? Past Paradise? Äh, doch da sind wir schon mal gewesen. Machen wir dann. Jetzt will ich auch noch einmal mit Plachta reden. Na gut. Also, dann reicht es auch für diese Folge. Und morgen gehen wir dann mal so in Richtung Past Paradise oder machen hier noch... Ne, Ultimate Jam machen wir auf jeden Fall zuerst. Die Sachen, die wir hier noch erledigen können. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.